Hallo Lieben, heute gibt es wieder ein neues Video von mir und zwar möchte ich euch heute gerne meine Lippenstifte zeigen von MAC, die ich aus den Limited Editions habe, also die alle eine spezielle Verpackung haben und zwar nicht in dieser schwarzen Tube einfach sind. Das Video hatte ich euch ja schon länger versprochen und ich hatte euch auch schon mal meine Lippenstifte gezeigt, die ich aus dem Standardsortiment habe. Da waren es ja nicht ganz so viele. Aus den limitierten Editionen habe ich leider ein paar mehr, also leider in dem Sinne, weil ich heute alles watchen werde für euch auf der Lippe. Heute zeige ich euch jedenfalls alle, die ich in einer speziellen Verpackung habe. Es sind in der Zwischenzeit auch noch ein, zwei dazugekommen, die jetzt in einer speziellen Umverpackung sind, aus der aktuellen Holiday-Kollektion zum Beispiel, die es eigentlich auch im Standardsortiment gibt, die ich jetzt aber in meinem letzten Video natürlich noch nicht hatte. Deswegen werde ich die, denke ich mal, alle dieses Mal mit reinnehmen. Deswegen, ja, ich hoffe, das Video macht euch Spaß. Ich hoffe, euch gefällt meine Sammlung und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so hinter den limitierten Editionen hinterher seid oder ob ihr doch lieber die aus dem Standardsortiment kauft. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Can't deny it Now I'm all alone and my joists turn them open Tell me, where are you now that I need ya? Where are you now? Where are you now that I need ya? Couldn't find you anywhere When you broke down, I didn't leave ya I was by your side So where are you now that I need ya? 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 I gave you attention when nobody else was paying I gave you the shirt off my back I need you to know, 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 I need you to know. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020